Die beste Art und Weise an Gewicht zu verlieren ist es, die Nahrungsmittel, die uns dick machen, mit gesünderen Alternativen zu ersetzen. Diese aktivieren den Stoffwechsel und führen zu einem höheren Kalorienverbrauch. Zusätzlich helfen sie Flüssigkeit auszuscheiden und Körpervolumen zu verlieren. Lerne in diesem Artikel einen leckeren Drink auf der Basis von Kokosnuss. Ananas und Ingwer kennen. Er lässt dich schnell am Gewicht verlieren und hilft auf schonende Art und Weise überschüssige Flüssigkeit auszuscheiden. Es gibt viele Arten von Wunderdiäten, die schnelle und überraschende Ergebnisse in besonders kurzer Zeit versprechen. Diese Diäten basieren in der Regel auf einem bestimmten Nahrungsmittel mit besonderen Eigenschaften. Dadurch soll die Gesundheit und der Gewichtsverlust gefördert werden. Allerdings sind diese Diäten in der Regel sehr streng und wenig ausgewogen. Vor allem sind sie arm an Fett und Kalorien. Aber eine effektive und gesunde Diät sollte keine Mangelerscheinungen hervorrufen. Eigentlich sollte eine Ernährungsumstellung zu großem Optimismus und Vitalität führen. Gleichzeitig wird durch sie auf kontinuierliche Art und Weise die Ernährung gesund umgestellt. Natürlich sind die Nahrungsmittel, die bei einer Wunderdiät zum Einsatz kommen, ideal dazu geeignet, an Gewicht abzunehmen. Allerdings sollte man sie im Rahmen einer ausgewogenen Diät zu sich nehmen. Willst du mehr erfahren, lies sieben Anti-Aging-Nahrungsmittel. Diese helfen dabei, den Körper zu einem erhöhten Kalorienverbrauch zu bewegen. So wird mehr Fett verbrannt und Flüssigkeiten ausgeschieden. Kleiner als 7.120.678 Besser unterstrich sizes unterstrich desktop unterstrich generic unterstrich box unterstrich mittel unterstrich ab Bindestrich größer als google tag cmd push function google tag Define slot 7.120.678 Besser unterstrich sizes unterstrich desktop unterstrich generic unterstrich box unterstrich mittel unterstrich ab 336 280 300 250 DIVGPTAD 1503391743112-0 Set Targeting Red Folz Set Targeting Section 6 Set Targeting URL Trink aus Kokosnuss Ananas und Ingwer um Gewicht zu verlieren und Flüssigkeit auszuscheiden. Set Targeting Topic Default Set Targeting Mafil Type Get MRFP Set Collapse Sympdiv Sympdiv True Ad Service Google Tag Pubatz Google Tag Enabled Services Google Tag Display DIVGPTAD 1503391743112-0 Kleiner als 7.120.678 besser unterstrich sizes unterstrich desktop unterstrich generic unterstrich einmal eins bindestrich größer als google tag cmd push function google tag. Define Slot 7.120.678 besser unterstrich sizes unterstrich desktop unterstrich generic unterstrich 1x1.1.1.1.DIVGPTAD 1513094690767-0 Set Targeting Red Set Targeting Section Set Targeting URL Trink aus Kokosnuss Ananas und Ingwer um Gewicht zu verlieren und Flüssigkeit auszuscheiden. Set Targeting Topic Default Set Targeting Mafil Type Get MRFP Set Collapse Sympdiv True True Ad Service Google Tag Pubatz Google Tag Pubatz Gelabs Gelabs Emptidivs Google Tag Enabled Services Google Tag Display DIVGPTAD 1513094690767-0 Die Kokosnuss Die Kokosnuss ist eine tropische Frucht. Aufgrund ihres hohen Gehalts am gesättigten Fetten, hatte sie für lange Zeit einen eher schlechten Ruf. Allerdings konnte die Kokosnuss mit der Zeit das Gegenteil von sich beweisen. Denn die in ihr enthaltenen Fette sind besonders wohltuend für die Gesundheit. So können sie auch dabei helfen, überflüssiges Gewicht zu verlieren. Wenn man das Fett der Kokosnuss zu sich nimmt, wird der Stoffwechsel unseres Organismus beschleunigt. So kann man deutlich leichter an Gewicht abnehmen. Dies gilt immer, doch insbesondere dann, wenn man bereits an Übergewicht leidet. In diesem Sinn kann man sich die Kokosnuss ideal zunutze machen. Um Gewicht zu verlieren, wer ein niedrigeres Körpergewicht anstrebt, kann die Kokosnuss als eine Art Regulator betrachten. Zusätzlich schützt das Kokosöl ein gesundes Herz und stärkt die Abwehrkräfte. Der Körper wird mit mehr Energie versorgt und die Haut bleibt weich und strahlend. Auch die Schilddrüse profitiert von dem Öl. Denn sie kann in manchen Fällen der Grund für eine schnelle Gewichtszunahme sein. Die Ananases gibt viele Arten von Wunderdiäten, die schnelle und überraschende Ergebnisse in besonders kurzer Zeit versprechen. Diese Diäten basieren in der Regel auf einem bestimmten Nahrungsmittel mit besonderen Eigenschaften. Dadurch soll die Gesundheit und der Gewichtsverlust gefördert werden. Allerdings sind diese Diäten in der Regel sehr streng und wenig ausgewogen. Vor allem sind sie arm an Fett und Kalorien. Aber eine effektive und gesunde Diät sollte keine Mangelerscheinungen hervorrufen. Eigentlich sollte eine Ernährungsumstellung zu großem Optimismus und Vitalität führen. Gleichzeitig wird durch sie auf kontinuierliche Art und Weise die Ernährung gesund umgestellt. Natürlich sind die Nahrungsmittel, die bei einer Wunderdiät zum Einsatz kommen, ideal dazu geeignet, an Gewicht abzunehmen. Allerdings sollte man sie im Rahmen einer ausgewogenen Diät zu sich nehmen. Willst du mehr erfahren, lies sieben Anti-Aging-Nahrungsmittel, die du regelmäßig in deinen Ernährungsplan einbauen solltest. Im weiteren Verlauf wollen wir die Eigenschaften von drei bestimmten Nahrungsmitteln vorstellen. Diese helfen dabei, den Körper zu einem erhöhten Kalorienverbrauch zu bewegen. So wird mehr Fett verbrannt und Flüssigkeiten ausgeschieden. Die Kokosnuss ist eine tropische Frucht. Aufgrund ihres hohen Gehalts an gesättigten Fetten, hatte sie für lange Zeit einen eher schlechten Ruf. Allerdings konnte die Kokosnuss mit der Zeit das Gegenteil von sich beweisen. Denn die in ihr enthaltenen Fette sind besonders wohltuend für die Gesundheit. So können sie auch dabei helfen, überflüssiges Gewicht zu verlieren. Wenn man das Fett der Kokosnuss zu sich nimmt, wird der Stoffwechsel unseres Organismus beschleunigt. So kann man deutlich leichter an Gewicht abnehmen. Dies gilt immer, doch insbesondere dann, wenn man bereits an Übergewicht leidet. In diesem Sinn kann man sich die Kokosnuss ideal zunutze machen, um Gewicht zu verlieren. Wer ein niedrigeres Körpergewicht anstrebt, kann die Kokosnuss als eine Art Regulator betrachten. Zusätzlich schützt das Kokosöl ein gesundes Herz und stärkt die Abwehrkräfte. Der Körper wird mit mehr Energie versorgt und die Haut bleibt weich und strahlend. Auch die Schilddrüse profitiert von dem Öl. Denn sie kann in manchen Fällen der Grund für eine schnelle Gewichtszunahme sein. Die Ananas kann man häufig im Rahmen von Diäten finden. Denn sie unterstützt eine Gewichtsabnahme und kann auch als bekanntes Heilmittel bei Verdauungsstörungen eingesetzt werden. Diese tropische Frucht hat einen hohen Anteil an Wasser- und Ballaststoffen. Gleichzeitig ist die Ananas dabei aber arm an Kalorien. All diese Charakteristika machen die Ananas zu einer wunderbaren Option, um sich mit Leichtigkeit zu sättigen. Wenn man einen kleinen Hunger verspürt, sollte man also zu dieser Frucht greifen. Bei regelmäßigem Konsum hilft sie dem Körper dabei, überflüssige Flüssigkeit auszuscheiden, die sich mit der Zeit angesammelt hat. Ansonsten kann zu Schwellungen zum Beispiel im Bereich der Beine, dem Magen oder im Gesicht kommen. Beim Ingwer handelt es sich um eine Wurzel, die in vielen Ländern wie eine Art Gewürz verwendet wird. Sie gibt dem Essen einen erfrischenden und leicht scharfen Geschmack. Zusätzlich erleichtert Ingwer die Verdauung und macht die gegessenen Lebensmittel bekömmlicher. Allerdings ist der Gebrauch von Ingwer auch aus medizinischen Gründen ideal. Damit wird die Verdauung verbessert. Giftstoffe und Flüssigkeitsansammlungen ausgeschieden und der Stoffwechsel angeregt. Der Stoffwechsel hat die Funktion, den Energieverbrauch anzutreiben. Dadurch ist der Körper in der Lage, mehr Kalorien zu verbrennen, ohne sich dabei zusätzlich anzustrengen. Lies auch diesen Artikel köstlicher Drink aus Ingwer und Mandeln um Flecken auf der Haut auf zur hellen Bemerkung. Wenn man keine frische Kokosnuss zur Verfügung hat, kann man auch die Milch anstelle des Wassers verwenden. Man kann den diuretischen und reinigen Drink über den ganzen Tag verteilt auf die folgende Art und Weise zu sich nehmen. Wenn man den Drink außerhalb der Mahlzeiten zu sich nimmt, kann man seine Vorzüge für einen Gewichtsverlust sogar noch weiter verstärken. Man kann den Drink während einer oder sogar zwei Wochen zu sich nehmen. Mehrere Male pro Jahr Natürlich sollte der Drink immer durch eine ausgewogene und gesunde Ernährung ergänzt werden. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.